Medizinische Biomarker liefern Hinweise auf versteckte Krankheiten im Körper. So verrät etwa der Blutzuckerspiegel krankhafte Veränderungen der Bauchspeicheldrüse. Eine erhöhte Körpertemperatur verweist auf Entzündungen. Und das Erbgut zeigt sogar, welche Krankheiten wir später möglicherweise entwickeln werden. Je besser die Biomarker bekannt sind, umso effektiver ist die Therapie. Medizinische Biomarker liefern Hinweise auf versteckte Krankheiten im Körper. So verrät etwa der Blutzuckerspiegel krankhafte Veränderungen der Bauchspeicheldrüse. Eine erhöhte Körpertemperatur verweist auf Entzündungen. Und das Erbgut zeigt sogar, welche Krankheiten wir später möglicherweise entwickeln werden. Je besser die Biomarker bekannt sind, umso effektiver ist die Therapie. Medizinische Biomarker liefern Hinweise auf versteckte Krankheiten im Körper. So verrät etwa der Blutzuckerspiegel krankhafte Veränderungen der Bauchspeicheldrüse. Eine erhöhte Körpertemperatur verweist auf Entzündungen. Und das Erbgut zeigt sogar, welche Krankheiten wir später möglicherweise entwickeln werden. Je besser die Biomarker bekannt sind, umso effektiver ist die Therapie.